Musik Hallo, mein Name ist Nadjo Russein, mich nennen eigentlich alle Natsch. Ich komme aus Hamburg und bin ein Angelguide auf der Elbe. Ich gehöre zu der Firma ProGuiding. Mein Partner Andreas und ich bieten Angeltouren vom Boot aus auf der Elbe an. Wie kommt eine Frau zum Angeln? Das ist eine interessante Frage. Ich habe vor ca. 5 Jahren Andreas kennengelernt und bin mit Andreas, also Andreas ist ein leidenschaftlicher Angler, schon immer gewesen. Und um mit Andreas Zeit verbringen zu können, gab es eigentlich nur eine Möglichkeit mit Angeln zu gehen. Also, Angeln war für mich zu Anfang eine Geschichte, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte. Ich dachte, eine Angelrute, da ist Schmur dran, dann hängt man da irgendein Fisch dran und versucht einen anderen Fisch zu fangen. Ich habe in der Zeit festgestellt, dass Angeln total aufregend sein kann. Für mich ist Angeln Ruhe gepaart mit Action, mit Adrenalin. Es ist sehr interessant, mit Männern angeln zu gehen. Als Frau wird man sehr häufig nicht ernst genommen, beziehungsweise leicht belächelt. Das würde einem Mann wahrscheinlich nie zugeben, aber als Frau hat man dann doch schon das Gefühl, man merkt es einfach, wenn ein Mann neben einer Frau steht, die dann auch noch Angelguide ist und versucht, ihm als jahrelangen Angler, der ja so viel Erfahrung hat, zu erzählen, wie man jetzt in dieser Situation am effektivsten fischen sollte. Es hilft nichts beim Vertikalangeln, den Köder einfach zu baden oder beim Werfen einen guten weiten Wurf hinzulegen und dann einfach seinen Köder einzuholen. Es ist einfach wichtig beim Angeln, möglichst den Köder so zu präsentieren, dass der Fisch auch Interesse daran zeigt und dann auf den Köder beißt. Ich habe viele Erfahrungen gemacht, dass die Leute das sehr gut annehmen, dass ich versuche, als Frau sie zum Angeln mitzunehmen und denen das zu zeigen. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch diese chauvinistischen Angler, die das nicht so gerne sehen. Und die Reaktionen sind dann teilweise plumpe Sprüche oder lustige Verarschungen oder irgendwas in der Art, aber meistens sind es eher solche Sprüche wie Mann, das war ja ein Wurf oder hast du ja mal einen sauberen Wurf hingekriegt oder sowas in der Art, das gibt es auch. Ich würde mich freuen, wenn viel mehr Frauen das Hobby angeln als ihr eigenes Hobby auch kennenlernen könnten, um das vielleicht auch mal bei einer Tour mit mir hier an Bord auszuleben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.